Alles was nicht richtig saniert ist. Irgendwann soll es die Gasstoffe führen, das beste ist vorher tauschen und dann Energie sparen. Was ist jetzt noch angesagt? Ein Holzfenster oder wie kann man das sagen? Holz, Alu, Holz, Kunststoff? Nein, eines ist klar, es ist ein Aluminium, ein wenig Oberflächenschutz. Aber Holz mag keiner mehr, keiner mag streichen, streichen ist bestrichen, aber es ist halt der Kunde, der darf sich selber aussuchen, was ich habe. Möchte ein bisschen Kunststoff haben, möchte ein bisschen Holz haben, kann auch ein Misch nehmen. Also was halt meistens die Frau anschafft und der Mann hat so etwas. Ja, ich gern das. Wir haben ja außen Alu und Innenholz, mit Holz. Das geht ja schon mal so aus. Gut, ja. Ja, zwei Kassetten, ich habe den Apfelstrudel gemacht. Wir haben einmal zu einer Baustrecke in der Nähe, da haben sie, wie du sagst, Wochenendseminar gemacht. Und dann waren die Fenster verkehrt eingebaut. Da war der Brief außen. Das passiert dem Lager alles nicht. Nein, ihr könnt dann nochmal eine Artikel rundherum bauen und dann so machen. Das ist dann ein Schlagfest.